Hallo Leute und willkommen zurück. In der letzten Episode stand das Element Wasser im Fokus des Rennens. Die Teams wagten sich auf Sit-on-Top-Kajaks durch wildes Gewässer, um die beste Zeit für sich zu erzielen. Doch neben dem wilden Kajakrit galt es auch pro Team eine Karte zu finden, um sich einen Farbcode zu merken. Dies versprach entscheidende Bonuspunkte für das Abschlussranking. Untertitelung des ZDF, 2020 Die zweite Etappe an diesem Renntag bildet der Aufstieg auf die Raks. Die Teams stehen vor der Herausforderung, nach dem Kajak-Ausstieg den schnellsten Weg in das Gebirge zu finden und das Raks-Plateau zu erklimmen. Eine Schutzhütte, die knapp 1200 Meter höher liegt, markiert das Ziel des Aufstiegs und Checkpoint 2. Orientierung und die Fähigkeit, sich flexibel auf unerwartete Situationen einzustellen, werden erneut auf die Probe gestellt. Auch dieser Rennabschnitt startet anders als erwartet. Es gibt eine Zusatzaufgabe. Wie ihr alle sehen könnt, haben wir da ein paar kleine Steine vorbereitet für euch. Das heißt, jeder der möchte, kann einen Stein mitnehmen. Wenn du das nicht machen willst, kannst du ihn auch noch liegen lassen. Es gibt halt sehr, sehr viele Punkte. Alternativ dazu, wenn ihr auf dem Weg auf Pro Person 5 Zigarettenstummel findet, könnt ihr den Stein liegen lassen und zeigt uns noch mal die 5 Zigarettenstummel in den Sack. Noch einmal, Sicherheit geht vor. Keine wilden Aktionen, kein Risiko, kein Gornix, keine Ordenssäuren. Sicherheit ist oberstes Gebot. Wir starten zeitversetzt. Jedes Team wird es aber einzeln und dann in 7,5 Minuten Abstand geht es los. Nicht vergessen, beim Raks-Duell, Punkt, gerät das schon. Patrizia und ich sind gestartet. Die ersten Meter haben wir zurückgelegt. Im Moment geht es noch super, aber es geht leicht bergab von dem her. Genau. Wir sind das erste Team diesmal. Kajak waren wir das letzte. Jetzt sind wir das erste. Und wir sind top motiviert. Wir haben einen total perfiden Plan. Bei der Challenge hat ja jeder einen Stein freiwillig mitnehmen können. Und alternativ kann man, wenn man Zigarettenstummel einsammelt, kann man den Stein sozusagen wieder ausgleichen. Was? Wo? So. Und wir haben jetzt gesagt, wir sammeln einfach wirklich alle Zigarettenstummel. Eigentlich theoretisch reicht es 5. Wir sammeln aber alle ein, damit die anderen, die hinter uns starten, keine Zigarettenstummel mehr einsammeln können. Ich glaube, es geht nicht ganz auf, als wären wir nie aufkommen. Ich glaube auch, das müssen wir irgendwann. Aber vielleicht können wir es jetzt schon ein bisschen frustrieren. Auf geht's. Wir gehen jetzt erst, stürzen mich sicher in den Tod. Nein, gar nicht. Du schießt Wind und du nennst die Berghex. Warst du jetzt den Weg angekommen? Ich auch nicht. Oh, die Valerie hat das jetzt im Griff. Sind wir richtig da jetzt? Alles klar. Da müssen wir jetzt eigentlich das Schügel dran, oder? Da müssen wir jetzt das Schügel dran, da ist auch noch falsch gegangen. Unser Plan ist nämlich, dass wir alle Zigarettenstommeln mitnehmen, dass die hinter uns gar keine Chance haben, dass sie es finden. Dann haben wir immer alle Punkte abcashen. Und die Starmer schleppe ich auch schon mit auf. Das habe ich schon beschlossen. Ist mir scheißegal. Unsere Taktik ist, dass ich rechts schaue und die Valerie links. So decken wir nämlich viel mehr ab. Aber das Problem ist, ich habe meine Brüden nicht auf. Also ich habe die Glorify-Büden, was wir gesponsert bekommen haben, aber das ist ja kein optischer Brüden. Also vielleicht sollst du auch ein bisschen rechts schauen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Robert. Bruder, jetzt lassen wir's krachen. Jetzt rocken wir den Scheiß. Challenge Nummer 2, ihr habt es ja eh gesehen, oder ihr werdet es im Video sehen, ist einen Stein auf den Gipfel bringen und oder fünf Zigarettenstummel finden und die auf den Gipfel bringen. Eins von den beiden Sachen müssen wir auf jeden Fall machen. Sind aber zwei Steine. Du hast da auch einen, oder? Genau. Jeder von uns. Jeder von uns hat circa so einen zwei bis fünf Kilostein dabei. Sind beide im Rucksack. Genau. Und die werden wir auf jeden Fall rauf zahlen auf dem Gipfel. Und da ist es auch so, dass es geheißen am Nachmittag Gewitter und so. Genau. Wir hoffen, dass wir in der Schutzhütte sind, bevor es donnert. Ja. Und dann morgen nach dem Gewitter die Platurüberquerung machen können. Genau. Und die Wettergötter, auch wir die Wettergötter, die brauchen wir auf unserer Seite. Genau. Bei uns geht es jetzt auf jeden Fall da rauf. Da oben am Berg. Da oben ist das Autoschutzhaus. Drei Stunden sind angeschrieben. Mal schauen, ob wir es rocken. Fünf. Vier. Ich sehe es nicht. Scheiße. Drei. Zwei. Viel Spaß. So, wir starten jetzt. Bis oben. Viel Spaß in der Sonne. Aufwürft Raks. Leute, wir werden euch jagen. Jagen werden wir halt. So schaut es aus. Wir sind die letzten hier jetzt und räumen von hinten das Völk auf. Ja, voll. Wenn wir einen Weg finden. Weißt du, wo wir lang müssen? Ich glaube, da vorne rechts sonst. Wenn es links geht, dann sind wir wieder oben gepackt. Steigen wir in die Busse und verziere das Wetter. Also du würdest uns schauen, wenn wir da einmal im Kreis gehen, dann tun wir wieder nachher. Drei extra Runden. Wir sind komplett gelacht, oder? Ja. Scheiße. Eventuell sind wir falsch gegangen. Im Endeffekt sind wir natürlich falsch gegangen. Sehr geil. So. Im Endeffekt. Ja. Kannst du jetzt da raus? Nein. Fuck. Scheiße. Das ist mir verarscht. Was sind wir wieder da? Reichenler, Bayerbach. Rüschbein. Nein, wir sind ja nicht alle. Das passt schon so. Ich weiß nicht einmal. Ich bin ja ein Trax vom Warfen von der Raxhütten, oder? Scheiße. Und der Bichl hat sich eine geschissene Uhr. So Leute. Das fängt schon einmal ganz gut an. Wenn man die Valerie als Führer eingeteilt hat. Ich zeige euch das jetzt einmal kurz auf der Karte. Nein, nicht herzeigen. Doch. Wir sind da komplett falsch. Wir müssen ja... Da sind wir gestartet. Wir müssen aber... Da oben gehen. Wir können ja alles wieder zurückgehen. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ich gehe gerne am Berg. Wir müssen alles noch einmal zurückgehen. Wir müssen noch einmal zurückgehen. Lass dich abholen. Alter Schwede. Ja, du würdest ja auch schauen gehen. Alter. Okay, wir haben falsche Abzweigungen genommen offenbar. Weil da kommen wir nirgends hin. Jetzt müssen wir ziemliche Strecken wieder zurücklaufen. Wobei es markiert ist, müssen wir da zuschauen. Genau. Wir sind nämlich den markierten Weg gegangen. Und der war falsch. Und offenbar der nicht markierte Weg war der richtige Weg. Ich bin mir sicher, da hat jemand, ich möchte keinen Namen nennen, Robert, die Markierungen vertauscht. Nur irgendwann einmal. Na ja. Na ja. 20 Minuten ist her, seit wir gestartet sind. Und ich öle wie ein frischer Sommersalat beim Italiener. Schau dir das an. Ich rinne einfach komplett aus. So. 29 Minuten unterwegs. Und wir haben uns schon richtig verraufen. Wir sind volle Wäsche in die falsche Richtung gegangen. Das kann was werden, Robert. Das kann was werden. Wir haben die falsche Beistierung genommen. Wir müssen jetzt zurück. Ja. Ja. Servus. 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 So, wir sind jetzt wieder am Startpunkt, wo wir vorher da rauf gegangen sind. Wie lange haben wir jetzt vor? Eine Stunde, oder? Ja. Jetzt hauen wir einen richtigen Weg. Wir müssen in die Richtung. Also, da hätten wir weiter gehen müssen. Da drüben war der Startpunkt. Für uns startet das Rennen jetzt eine Stunde später. Aber wir sind Sieger der Herbst. Ja, ja. Also einholen können wir Sieger nach Hause. Nein. Ja. Wir hoffen, dass wir jetzt den richtigen Weg gefunden haben. Das war jetzt ein bisschen spannend. Jetzt geht es gerade. Relativ kaum Mut dahin noch. Schatten, ja. Ja, die Kahlfahrt war geil. Wir haben das Bade das erste Mal gemacht. Das hat, glaube ich, gerade hingefahren. Ja. Wir haben natürlich schon unsere Bläsuren wieder davon getragen. Ja. Wo wir uns unterhalten haben. Ja. Ich habe mich die ganze Zeit mit den Oberschenkel so reingestemmt. Als ob ich Angst habe, von einem Pferd zu fallen. Und das habe ich natürlich irrsinnig stark gespürt. Leute, nehmt den Müll vom Berg mit. Echt. Da kommt keiner dran zusammen. Macht keiner. Wir checken die wenigstens. Und da haben wir schon einen Personenschaden. Weil der Max mal wieder die Dose nicht schön aufmachen kann. Es ist ein Wahnsinn. Ich sage es euch. Es läuft schon wieder. Versicherung. Wer braucht die schon. Raus aus dem Fluss. Und rauf auf den Berg. Das war doch recht kräftezehrend. Auch der Anstieg war länger als ich trainiere. Und von daher habe ich auch viel zum Kämpfen gehabt mit dem Rucksack. Um ihn gewicht. Da steht nichts drauf. Wir gehen weiter. Irgendwo dahin müssen wir schon. Okay, ne? Und Max war so gut und hat mir ein Stück den Rucksack getragen. Weil es schon ein bisschen Rückenschmerzen gab. Ich bin es halt auch nicht gewohnt. Steine auf den Berg zu zahlen. Das ist so, gell? Aber... Also es ist jetzt 50-50 Stunden eine Chance. Dass dort Valerie mit einem Bier schon drin sitzt. Ganz ehrlich. Die hat vorhin schon so vom Bier geschwärmt. Und ich glaube der Bichl lässt sich auch schnell überreden. Das war jetzt lustig. Schau, dass die eine sitzt mit dem Fenster. Ja, ja. Es war jetzt schon was Feines, ein Bier. Wahrscheinlich sitzen sie wirklich drin. Prost. Da haben wir schon die Letzen sein, dann wenigstens. Richtig. Was ist überhaupt jetzt was drin? Ja, da hast du dich da reingesetzt? Da haben wir schon die Letzen sein, wenn man damit würde. Das ist ja klein. Geht drauf. Geil, du bist doch nicht die Letzen. Wie geil ist denn das? Jetzt haben wir gerade einen erfrischenden Traubensaft mit reich und schön auf der Terrasse vom Knappenhof getrunken. Und noch viel zu höher gekostet. Und haben jetzt das Team Pussy auch noch eingeholt. Die sitzen unten und menstruieren. Wir haben wirklich geil, wir sind die Letzen. Wir haben wirklich geil, wir sind die Letzen. Und dann hocken sie wieder und sagen, sie sind schon ein paar Mal falsch abgehoben. Das hat uns so motiviert, dass wir jetzt ganz sind. Dass wir jetzt voll gerannt sind und voll gesprintet haben. Jetzt kommen sie die Ersten. Aber es hat irgendwann kommen müssen. An das Kata-Team. Können wir da bitte die Heimusik rein? Darum. 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 Die Aussicht ist super, wir sollten schnell nichts schauen, dass wir weiter kommen. Wir müssen das abschätzen, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn die Hütte noch zu weit weg ist und das Schnür herkommt. Das müssen wir beobachten, ob wir noch nicht zur Bergstation dabei gehen. Ich habe keine Lust auf offene Fölle zu spielen. Da ringt es aber schon richtig, oder? Oder schaut das nicht aus? Ja, vorher peilen wir es, probieren wir es. Wir hätten nur so 230 Leute. Und es geht der Wind auch schon richtig ab. Also jetzt wird es interessant. Gut, dass wir noch ca. 2 Stunden da rauf gehen. Erst da oben ist das Autohaus. Und schaut euch mal das Wetter an. Der erste Tag war schon wirklich sehr demotivierend, muss man da ganz ehrlich dazu sagen. Im Rohweit ging es dann auch mal richtig, richtig schlecht. Und es hat wirklich, also wir waren kurz vor dem Aufgeben, will ich nicht sagen, weil wir waren schon recht demotiviert. Weil wir waren dann am Schluss schon die Letzten. Und mit dem Wetter, das dann noch nachgekaut hat. Aber, ja, ist so. Jetzt hilft alles nichts. Schau dir das an, was da hinten ist. Wir müssen weiter, sonst werden wir wirklich in den Regen kommen. Der Regen ist stammert. Gerade, dass es nicht schon blitzt. Das ist es, oder? Das wäre doch geil, wenn das jetzt ist. Das ist das. Oh! Jeehoo! Es Hitterl ist da, die Hütten ist da. Ja! Alter, die Hütten ist da. Leck mich hart! Geile Scheiße, und das ist das Ding! Ja! Juhu! Alter, ich bin gehelpt. Das hast du, wir haben's fast. Wir haben's. Ganz ehrlich, da kann uns jetzt nimmer so arg viel ficken. Wir reden jetzt, oder? Wir machen jetzt. Ja, gehen wir. Hallo, hallo? Ich habe nicht gedrückt. Hallo, ich habe mich wieder. Ja, hier Team Alpha, bleibst du übersetzt. Dann haben wir eine Sichtverbindung. Team, schwindlig ist bei dem Tor. Jeehoo! Ach du Scheiße. Ist das. Geht mal weiter und damit mal Sicht. Na ja, na ja. Na, geht's weiter. So, jetzt hätten wir gerade da. Wir haben einen einen ganzen Tag. Ja, wir haben einen einen ganzen Tag. Na, geht's weiter. Sagt sie mit einem Bier, natürlich. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie der Wind ballert. Es ist richtig arg. Treffpunkt links von der Hütte bei einer Plattform. Was? Längst von der Hütte eine Plattform, oder? Ja, das hängt mal. Der da oben, oder? Ja. Was soll man da jetzt hingehen, oder? Treffpunkt links von der Hütte bei einer Plattform. Jawohl. Passt nicht mal. Längst von der Hütte bei einer Plattform. Wir hängen uns drüber. Das hängt vier Minuten. Was? Vier Minuten? Ja, ganz ehrlich. Vier Minuten, ja natürlich, okay. Scheiße, das ist ja noch voll weit. Scheiße, das ist ja noch voll weit. Fuck. Also ehrlich gesagt, können sie mich am Arschleck. Mit vier Minuten. Was? Wir sind ja ganz genau. Vier Minuten am Winken. Ja. Okay. Jetzt ist es 18. Ja, probieren wir es. Ist sowas. Ich sag es euch. Es fickt schon hart. Also, Kindergeburtstag ist es trotzdem nicht. Alles andere. Ja. 30 Meter schnelles Gehen. 30 Meter kurzes. Scheiße, aber das musst du fahren lassen. Ja sicher. Na gerne noch. Na, lenkt mich am Arsch. Sag dir gerade noch, den Puls muss ich wieder rausgebringen. Fuck you. Die Belastung war 100% und zum Schluss haben wir noch einmal 10% draufgelegt. Wo wir gemerkt haben, dass jetzt ein bisschen Unwetter daherkommt und der Regen daherkommt. Ich habe einen absolut geilen Bodycup, der sehr motiviert war. Der bereit war, auch an seine Grenzen zu gehen, was mir natürlich irrsinnig getaugt hat. Und ich habe dann noch einmal 10% mehr aus ihm rausgeholt. Was ist los? Stirbst du? Wir wollen uns sterben jetzt. Es ist kein Thema. Wir sind ja da. Ja, ich muss schon. Geht noch? Zwei Minuten. Was? Zwei Minuten? Ja, brauchen wir noch. Ecke, ja. Ja, voll. Okay, jetzt lassen wir noch einmal an. Forschen lassen wir uns nicht. Fuck. Komm. Da oben kann man umfallen oben. Da fallen wir nicht um. Und wir sind mit letztem Einsatz da oben aufgekommen, auf die Plattform raus, haben gemeint, gut, das war's jetzt. Wir sind fertig. Und dann ist uns gesagt worden, die Challenge ist nicht vorbei. Ihr geht jetzt wieder zurück und da unten ist euer quasi Kompass. Das war dann schon so ein kleiner Kraft. Wer mit Karte und Pusole navigieren will, benötigt auch beides. Bei der Pusolen-Challenge bekommt Team Charlie die Aufgabe, eine Pusole vom gerade passierten Abhang zu bergen und zu Checkpoint 2 zurückzubringen. Zu diesem Zeitpunkt ist ihnen jedoch noch nicht bekannt, dass dort gar nichts versteckt ist. Es handelt sich um eine zusätzliche Belastungsübung. Vielleicht kommt's im Video irgendwie so rüber. Aber das war für mich mental der größte Bruch, weil ich hab dann so einen Krampf gekriegt beim zweiten Mal aufgerennen. Also wirklich einen Krampf. Ich bin wie Umpaloompa aufgerenzt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub schon langsam zuhört ist ein Sturm. Leute, was? Wir finden das nicht. Ernsthaft jetzt? Es ist echt nicht so geil bei dem Winter. Es war die härteste Challenge, die ich jemals insgesamt gemacht habe. bergauf. Wie gesagt, ich weiß gar nicht wieviel Höhenmeter. Ich hab irgendwann ausgeblendet und das war extrem hart. Es war so hart und nur dazu, wie dann das Wetter umgeschlagen hat. Nein, also... Ich bin einfach komplett am Sand. Komplett. So, jetzt fangen's Regen an. Team Charlie von Team Alpha. Abbruch der Pusolen-Challenge. Abbruch der Pusolen-Challenge. Rückkehr zu Checkpoint 2. Rückkehr zu Checkpoint 2. Rückkehr zu Checkpoint 2. Rückkehr zu Checkpoint 2. Wir sind jetzt da um so einen Dummy geredet, weil die scheiß Bussole nicht da ist. Fuck. Iglich. Lassen wir uns da aneinander rein. Wir nix. Scheißrecht. Das nervt mich grad. Das nervt mich grad, dass wir die Scheiße nicht gefunden haben. Fuck. Nein. Das heißt, wir haben echt lange gesucht, aber da ist ein Sturm langer. Das kannst du dir nicht vorstellen. Shit. Der Zusatzpunkt für die Belastungsübung war ihnen für die gezeigte Leistung aber trotzdem sicher. Verdient. Aufgrund der sich verschlechternden Wetterbedingungen wurde beschlossen, die Zusatz-Challenge in Form der Belastungsübung für die anderen Teams auf den zweiten Tag zu verschieben. 21. 22. 23. 24. 24. Ui, vier Sekunden. Nein. Tick nicht auf. Vier Sekunden kommt näher. Vier Sekunden kommt näher. Böll ist gleich da vorne. Super. Ja, großartig. Ja, sechs Sekunden. Da ist der Blitz entfernt. Ja, aber es ist dann schon beruhigend, wenn man zumindest das Haus süfft und man weiß, wird diesmal dann in Sicherheit. Ja. Jetzt kommt ein dickes Sturm an. Jetzt wird mir jetzt nicht viel gemütlich. Nein, das ist grenzwertig. Ja. Das ist echt grenzwertig. Und dann ist das Gewitter gekommen. So etwas habe ich noch nie gehabt. Das war die Erfahrung, das erste Mal in einem Gewitter auf dem Berg. Nicht so ungefährlich, aber es hat ganz gut gepasst. Ja, ich schnapp jetzt schon wieder rein. So schnell wie möglich zum Autohaus kommen. Jawohl. Ohne Blitz. Ohne Blitz hoffentlich. Bis zum Autohaus rauf war es, sagen wir mal so, die Hälfte vom Weg war super und dann hat einfach angefangen, dass ein Gewitter kommt und dass ein Sturm aufkommt und Blitze und schön langsam wird es halt ein bisschen unbehaglich. Wir haben sich aber einfach dann untergestellt, weil es wichtiger war, dass wir halt einfach einmal in Sicherheit sind und dass wir ein Randl anwarten. Ich habe den Aufstieg trotzdem reisen. Wir haben den Aufstieg trotzdem. Ja. Ja, aber der Wind geht ein wenig. Ja, aber wir haben nicht mehr weit. Das können wir durch jetzt. Ja, es ist anders. Ja. Ich nehme zu wenig genug rein. Boah. Es ist ja nicht wichtig. Wir haben den Aufstieg trotzdem gut geschafft bis zum Autohaus, zu den anderen. Was ich anders machen würde, ich würde mir auf jeden Fall viel mehr elektrolytische Tabletten und sowas einstecken, Getränke vorbereiten, dass man da ein bisschen mehr in dem Bereich aufpushen kann während der Tour. Wie gesagt, am ersten Tag klingt es uns so schlecht, dass wir da immer wieder nachtrinken müssen, die Müslriegel und so weiter ein bisschen aufpushen müssen und das würde ich auf jeden Fall anders machen. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Challenge mit den zwei Gipfelkreuzen und dann die Heukuppe, also das war der, ich weiß nicht, was euch da eingefallen ist, das war der absolute Ohr. Ich darf nicht, habe ich schon. Motto! Eine Info, es hat zwei große Arschlöcher, wisst ihr das?